Schöner Job auf Hawaii, Commander. Ich weiß natürlich, Sie hätten eher Lust auf ein Sonnenbad in Waikiki, aber wir müssen Sie nach St. Louis schicken. Im Herzen von Missouri liegt ein Hauptkontrollpunkt unserer diversen Bodenoperationen für das ganze Land. Wir wären schlecht dran, wenn wir ihn nicht hätten. Das Problem ist, dass Yuri und seine Psychotruppen ein neues Leuchtfeuer in der Stadt aufgestellt haben. Ich wollte sie nie gegen unsere eigenen Bürger einsetzen. Aber diese Leuchtfeuer verwandeln aufrichtige Leute in von Sowjets gesteuerte Killer. Gehen Sie schnell vor, aber klug. Und gefährden Sie meine Wähler nicht. Okay? Okay. Sehr bedauerlich, nur es lässt sich nicht vermeiden. Tanja und ihr Team sind vor Ort und werden ihnen helfen. Aber wir können nicht sagen, wie lange es dauert, bis die Leuchtfeuer Einfluss auf sie gewinnen. Moment bitte, Commander. Ja, das ist kein Schatz, Commander. Wenn wir nicht schneller sind, werden wir bald alle Sklaven von Romanov und diesem Speichelecker Yuri. Ich hoffe, Sie haben verstanden. Es gibt nichts Schlimmeres für einen Soldaten, als den Verstand zu verlieren. Wir zählen auf Sie. Vielen Dank.